Also, ich kann gut verstehen, dass dem Rimbäsche Bäumeister die Hutschnur hochgegangen ist. Da haben doch wirklich ein paar Holzkäppe nachts mit dem Ort Tische und Bänke angesteckt. Kein Wunder, dass der da laut schöner tut. So was ist ja nicht bloß da bezeugt und da ja, das ist ja noch dazu auch ganz schön gefährlich. Und zwar erst einmal für die Dackel selber, die das verzappt haben. Dann, wenn man Strau im Kopf hat, soll man die Finger von Feuer lassen. Schon steckt man sich ja ruckzuck einmal selber auf. Puh, da kannst du bloß hoffen, dass man die verwischen tut, bevor sie sich und anderen noch einmal richtig wehtun. Und dann, finde ich, hat der Bäumeister eine gute Idee gehabt. Die Nase sollte mal eine Zeit bei der Feuerwehr mit dazuhelfen. Damit sie merken, was es heißen tut, wenn man ovens und nachts durch die Gehen trennen muss. Bloß, weil ein paar Mehlauche sich nicht benehmen können. Da kriege ich ein Heidezahn, wenn ich sehe, dass einfach Sachen kaputt gemacht werden. Bloß, weil es ein paar Leute zu wohl ist. Das ist doch fälscherlich, dass man jetzt überall, wo was Neues hinkommt, bei der Eiweihung gleich noch mit dazusagen muss, dass es nicht wieder kaputt gemacht werden soll. So wie diese Woche in Krummach auf dem Sauberg, wo sie die neue Anlage für die Muskeltunner gebaut haben. Da wüsste ich einfach was, wenn sie einen Schlawiner verwischen, der da was drauf drehen tut. Den Kerl einfach am Schlawittchen packen und dann muss er die ganzen Übungen nachmachen. Die wollte ich da an den Geräten vollführen tun. Ich glaube, da danach tut ihm alles so gut weh, dass er sich ein paar Wochen lang nicht mehr richtig bewähen und auch keine Zeit mehr machen kann. Alter, da haben wir den Landrat und den Bäumeister am Dienstag ein bisschen Angst gehabt, dass er außer Ritter auch noch turnen müssen. Und der Chef vom Sportkreis hat sich auch gleich hinten auf den Stuhl verkrochen, damit den keinen sehtut und er sich am Ende noch zum Felgeschlagen an die Stange hängen muss. Aber auch nicht wahnsinnig ist in Krummach. Es ist eigentlich schön, dass es Leute geben, die solche Sachen selber auf die Baustelle tun. Und eigentlich schlimm, dass es Tablete gibt, die das wieder kaputt machen. Da kennst du alles mal auf der Saufahrt. Also, was soll's. Bis zum nächsten Mal. Eiern Schasch. 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 Vielen Dank.